Musik Grüß dich zurück zu Was fürs Ohr Bevor ich mit meinen Ein-Mann-und-Ein-Mädel-Projekten anfange, möchte ich dir was anderes zu sagen. Und zwar, ich habe vor kurzem auf der Xbox ein Spiel installiert und habe aber gleichzeitig auf YouTube das zugehörige Thema gefunden. Und zwar zur damaligen Zeit aus dem Jahr 2008 von einer gewissen Lisa Miskowski. Spricht mir das die Dame so aus? Keine Ahnung. Und zwar, mir persönlich ist nur dieses eine Lied von ihr bekannt, dann habe ich auf YouTube und bzw. im Internet einmal geschaut, ob ich mehr finde von der Dame. Es gibt noch mehr, in der Videobeschreibung ist alles verlinkt. Das Wichtigste, wenn dich die Musik dieser Dame interessiert. Die Dame ist aus Schweden und ist mittlerweile auch schon 47 Jahre alt. Also auch schon im stattlichen Alter und die macht so Popmusik. Ja, wortwörtlich Popmusik. Dann habe ich mal geschaut, wo ist die Dame live unterwegs. Also das, was ich bis dato gefunden habe, eigentlich nur in Schweden. Die Dame ist aus Schweden. Und das zugehörige Spiel zu dem Lied, was ich dir jetzt zeige, folgt. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit Still Alive von Lisa Miskowski bei Baderweil. Und das zugehörige Spiel zu dem Lied. Und das zugehörige Spiel zu dem Lied. Und das zugehörige Spiel zu dem Lied. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020